Bekommen alle Rentner wirklich 110 Euro mehr Rente im Monat, weil sie einen Antrag vergessen haben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 30.01.2024 wieder genau zu diesem Thema, was ich Ihnen gleich sagen werde, eine Mail bekommen. Dort schreibt mir ein älterer Herr, dass er bei T-Online gelesen habe, dass sich seine Rente monatlich um 110 Euro erhöhen kann, wenn er denn einen ganz speziellen Antrag stellt. Und ich habe mir dann mal diesen Beitrag von der Deutschen, von der bei T-Online mal angeschaut. Und zwar hat den die Christine Holthoff geschrieben am 30.01.2024 unter der Aufmachung. Dieser Antrag erhöht ihre Rente um 110 Euro im Monat. Meine Damen und Herren, und wenn man dann diese Überschrift liest, dann denkt man ja wirklich, oh, jetzt können 20 Millionen Rentner sofort einen Antrag stellen und gleich sofort gibt es dann auch 110 Euro der Rente. Natürlich ist das nicht so, meine Damen und Herren. Das weiß auch die Frau Holthoff, denn bei diesem Antrag geht es. Das war ja im letzten Jahr auch schon mal ein Thema. Da haben ja auch viele sogenannte Rentenexperten völligen Unfug dazu geschrieben und haben hier behauptet, dass Männer und Frauen sozusagen hier den Antrag wegen Kindererziehungszeiten stellen können. Und dann gibt es pro Kind hier einen Haufen Kohle mehr, nämlich 110 Euro im Monat. Es sind nicht ganz 110 Euro mit dem Rentenwert 37,60. Bei drei Entgeltpunkten liegen wir dann ungefähr bei 112 Euro. Aber es geht wieder mal um die Anerkennung von Kindererziehungszeiten und diese können selbstverständlich die Rente steigern. Natürlich mit Antrag, das ist auch klar. Wenn Ihr Kind 1992 oder später geboren ist, können Sie sich die ersten drei Jahre nach der Geburt bei der Deutschen Rentenversicherung Kindererziehungszeiten gutschreiben lassen. Das sind praktisch im Grunde genommen die ganz normalen Fälle, die man da letzten Endes hat. Also wenn Mütter oder Väter, die dann nachweislich auch die Kinder erziehen, hier Kindererziehungszeiten plus Kindererücksichtigungszeiten zuerkannt bekommen, können dann hier für drei Jahre Kindererziehungszeiten oder bis zu drei Jahren Kindererziehungszeiten pro Jahr de facto einen Entgeltpunkt dazu bekommen. Ob Sie dann werttechnisch wirklich einen Entgeltpunkt noch bekommen, ist eine ganz andere Frage. Es gibt ja die sogenannte additive Anrechnung von Beiträgen an die Kindererziehungszeiten. Also da gibt es auch eine gewisse Grenze. Ja, natürlich ist es so, ein Jahr Kindererziehung bringt knapp einen Entgeltpunkt. So soll es sein. Aber meine Damen und Herren, ich kann Ihnen gleich sagen, diese Regelung gilt eben nicht für Mütter und Frauen gleichsam zusammen. Das wäre ja ein dickes Ding. Dann würden wir ja alle losrennen und sofort die Kindererziehungszeiten auch für die Männer zum Beispiel beantragen. Das ist aber letzten Endes nicht möglich, denn die Kindererziehungszeiten müssen entweder auf die Mutter oder auf den Vater zufallen oder aber beide teilen die sich untereinander auf. Da muss man dann aber eine gemeinsame Erklärung abgeben dazu. Und so einfach ist das alles in Wirklichkeit nicht. Also meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass wenn Sie in Ihrem Versicherungsverlauf, es betrifft meistens die Mütter, ihre Kinder, die sie geboren und erzogen haben, noch nicht mit erfasst haben, dann stellen Sie bitte bei der Rentenversicherung einen Antrag. Aber bitte hier keine Sorge haben oder bitte sich nicht verrückt machen lassen. Dieser Beitrag gilt natürlich nicht für alle Mütter und Väter gleichsam, sondern wirklich nur für die Eltern, die ihr Kind entweder allein oder gemeinsam erzogen haben. Bei einer gemeinsamen Erziehung muss man dann letzten Endes ein entsprechendes Schreiben aufsetzen und muss dann hier klären lassen, wem die Kindererziehungszeiten dann zugeordnet werden. Aber dieser Beitrag suggeriert so nach dem Motto, wir alle können diesen Antrag erhöhen und los geht's. Mehr Kohle gibt's auf dem Konto. Das ist natürlich völliger Unfug. Mehr was zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich werde auch mal zum Thema Kindererziehungszeiten, zum Thema Zuordnung von Kindererziehungszeiten und anderen Themen rund um das Thema Kindererziehungszeit, Mütterrente 1 und 2 auch nochmal in der nächsten Zeit ein paar Videos drehen, dass Sie dann letzten Endes hier auch einen gewissen Hintergrund haben und dann auch wissen, was es da eigentlich in Wirklichkeit geht. Also nochmal Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.